Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rot und Blau Soling Challenge mit dem... Immer noch Adam. Immer noch Adam. Wird sich nicht ändern. Hier Pelepop, schön dass ihr wieder einschaltet. Genau, wir haben nicht trainiert, wie letzte Folge angekündigt, weil wir halt gerade mal gut aufnehmen können. Adam hat Schiss vor unseren Rivalen und ich denke mir einfach so, puh, ich geh jetzt mal mit Titan rein und mit Stein rufen, guck mal was ich bei Tauburga ausrichten kann. So, los geht's, go! Oh, ach, den muss ich lesen, ne? Ich hab so komische Stimme genommen, ne? Ja. Ahem. Hi, Pelepop, Adam, du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, Pelepop, Adam. So, los geht's. Dum, 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 dum. Mein Outer City übersteuert trotzdem ständig. So, ähm, Tauburga, Level 18. Damit sollte Titan eigentlich klarkommen. Ja, ich hab jetzt Oxygen vorne gelassen wegen der Verteidigung einfach. Also, ja, Ruckzuck-Keep kann ich mir nicht anhaben. Ey, Crit-Ruckzuck-Keep macht wieviel Schaden auf Titan? Naja, was willst du erwarten, ne? Das ist eine Dingsresistenz. 6 KP nur von 44. Ja, dafür kriege ich jetzt gerade 13 KP Schaden durch Windstoffs-Crit. Ja, aber der zweite Steinwurf hat schon nicht getroffen. Und jetzt kommt auch noch Sandwirbel. Oh, hör auf mit Sandwirbel hier. Und der nächste Windstoß, zack. Na, Windstoß ist da schon ein bisschen kritischer. Ich weiß, Tauburga aus dem Weg geräumt mit Titan, kein Problem. Ja, ich treff jetzt nichts mehr, weil das ist das, glaube ich, ja, das ist das vierte Mal, äh, Sandwirbel jetzt gewesen. Hm, Abra. Alter, jetzt geh doch mal K.O. Also Abra kann nur teleport, deswegen gehe ich jetzt mit Titan auf Tackle, aber... Das ist geil, ne? Steinwurf trifft nach dem Sandwirbel zweimal, aber Tackle trifft nicht einmal nach dem Sandwirbel. Tauburga ist weg. Dann kommt Abra. Hallo Abra. Ich muss wechseln, dass ich treffe nichts mehr. Das ist doch ein schlechter Schert. Äh, gegen Abra setze ich Manfred ein. Weil Abra kann nur teleport, ne? Äh, ja. Manfred. Zumindest hat er bei mir noch nichts anderes eingesetzt. Level 8. Gute Idee, ich wechsle mal aus, dann kriegt Rino noch ein paar EP. Die ganze Zeit Teleport einsetzen will. Ich könnte jetzt eigentlich jederzeit alle einwechseln. Wie gut, dass es hier noch keine Kraftreserve für Abra gab. Ja, wobei, die lernt er ja nicht von allein, die müsstest du ihm ja eh beibringen. Ja, aber der hat ja da NPC, der Abra hatte ja dann schon Kraftreserve drauf. Meistens Boden. Oder Kampf. Oh, Radf... Oh. Ich muss auf Titan wechseln. Radfratz Level 15 ist ein Problem. Oh, dann werde ich mal kurz mal Oxygen heilen. Erstes Heil-Item. Weil das wird dann... Radfratz ist dann doch nicht mehr so cool. Äh, nee. Aber Titan trifft auch mal wieder nicht mit Steinwurf. Und ich brauche den Steinwurf noch gegen das Starter-Pokon von ihm. So, wie viel Erfahrungspunkte? 115? Ich muss noch nicht mein Level ab. So. Ich muss jetzt auch erstmal einen Trank einsetzen. Aber weißt du was? Der Abrazzahn hat mir ein bisschen zu viel Schaden gemacht. Carlo, du machst das. Das entwickelte Taupsie. Ich habe mein erstes Heil-Item eingesetzt. Wir sind jetzt gleich auf wieder. Windstoß. Jo, Hefteschaden. Das wird... Oh, er krittet mal wieder. Die Genauigkeit von Titan ist einfach bodenlos. Ich muss mich wieder heilen. Der hat mich gerade auf 12 KP runtergekrittet mit dem Hyperzahn. Geil. Was denn? Tauboga Level 18. Abra Level 15. Radfratz Level 15. Und Tauboga Level 17. Und du erzählst mir vorhin ein, dass das voll schlimm wird mit dem? Ich habe jetzt Nidorino Level 17 hier vor mir. Jo, kann passieren. Ah, Naruto, versuch du das mal. Weißt du, ich muss auf Steinwurf gehen, ne? Hat eh schon eine geringere Trefferchance. Ey, bleib mich auch noch mit einem Sandwirbel zu. Hornatake, wie viel ziehst du ab? Oh, könntet immer aufhören zu critten. Langsam nervt es aber mal. Ey, jeder gefühlte zweite Hit ist hier ein Volltreffer. Aber dafür haue ich Tauboga mit einem Steinwurf raus. Ja, und ich kriege mit Karate-Schlag nicht ein Crit. Ich glaube, die Tann hat das Team eigentlich fast alleine aus dem Weg geräumt hier. So, drittes Heil-Item. Meine sind weg. Ich glaube, ich hatte noch eins übrig, aber leider kann ich sie nicht schenken. So, Nidorino ist auch weg. Damit bist du durch. Schön. Kann ich vorlesen? Jo, kannst mal. Soll ich dir was sagen? Äh, nee. Verraten? Ich bin der dümmste Trainer der Welt. Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinem Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagersystem für den PC entwickelt. Du kannst dich dabei bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Mach's mal gut. Wieso gebe ich dem so eine beschissene Stimme? Ich habe keine Ahnung. Mein Hals tut weh. So, ich gebe mich hier erstmal heilen. Ja. Dann muss ich mein Team sortieren. Er war in Ordnung. Bei mir war einfach, wie gesagt, das Problem, dass er echt gecritted hat. Jeder zweite Hit war immer ein Crit gewesen. Ja, passiert. Bei Rio ist jeder Schlitzer ein Crit. So, ich bin jetzt aber ehrlich. Ich hole mir nochmal wieder meine drei Tränke, die ich gerade gebraucht habe. Für die Nugget-Brücke. Ja. Äh, Pandoria muss trainieren. Es trifft sich ganz gut, dass Pandoria jetzt trainieren muss, weil der erste ist ein Käfersammler. Ein Käfersammler. Hm. Voll praktisch. Ein Käfersammler. So. Da, 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 da. Ich komme nicht raus. Die Tür hat sich verschoben. Oh mein Gott. Da, 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 da. Oh, zwei Encounter kriegen wir. Yay. Yay. Was habe ich vorne? Ich glaube, ich tausche mal. Jerry wird das jetzt mal machen. Dann wollen wir mal auf die Nugget-Brücke. Yep. Hallo Nugget-Brücke. Nein, Raubi Level 14, das kriegt Pandoria doch hin. Was die ja so schön in Pokémon Son und Mond nachgestellt haben. Was denn? Die Nugget-Brücke. Haben sie? Mhm. In, oh, ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Auf jeden Fall, wo dieser Riesengarten ist, wo auch dieses Teehaus ist. Da ist eine Brücke und da stehen auch fünf Trainer. Das ist der, der Ziegarten. Genau, und sagen genau das gleiche wie die hier. Echt? Ja, sogar der da am Ende sagt, willst du Team Rocket beitreten? Haha, Spaß, es gibt keinen Team Rocket mehr. Äh, hab ich mir gar nicht aufgefallen. Da gab es Trainer. Sollte ich den auch gleich nochmal versuchen. Alter. Jerry killed them all hier. Ja. So, Nummer zwei. Jerry, Jerry, Jerry war Radfratz, ne? Genau. Hyperzahn them all. Dum, 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 dum. Topsi los. Topsi. Topsi, 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 Topsi. Hyperzahn. So, das war Topsi. Tschüss. Super. Da setz dich mal Vogelschlag ein und wie oft trifft er. Zweimal. Natürlich, du bist ja auch kein NPR. Du bist ja auch kein Computer, also bitte. Was erwartest du denn? Wir ja nur zweimal. Wenn du Computer bist, dann hat jedes deiner Pokémon Werte Link und dann trifft er fünfmal. Jaja, würde mich jetzt nicht wundern. So, Nummer drei. Ja. Solche Kämpfe mag ich. Solche Kämpfe mag ich. Ja, ist klar, dass du sowas magst. Wo Jerry einfach mit Hyperzahn alles platthaut. Ja. Aber jetzt habe ich einen Radfratz vor mir mit Level 14. Aber das ist auch weg. Einmal Hyperzahn weg. Ja, die halten ja auch nichts aus. Da kommt es halt drauf an, wer schneller ist. Da kommt ein Retter. Retter auch weg. Alter. Jerry, was ist los? Ich habe es da gerade ein bisschen komplizierter. Sushi und Manfred dann nachziehen. Je nachdem. Was gleich kommt in den Gräsern. Ja, da müssen wir mal gucken, weil du wolltest ja, hast ja überlegt, dass du Manfred rausnehmen willst. Genau. Und mir ist das relativ egal, da ich schon Titan habe als Gestein-Bohnen-Pokémon, muss ich nicht zwangsweise Reno mitnehmen. So, von daher ist mir das relativ egal. So, du kannst nachziehen. Ich muss nämlich jetzt gerade das Pokémon wechseln, weil Jerry schon Level 19 ist. Hab jetzt auf Naruto, der auch mal wieder quitten könnte mit seinen Karate-Schlägen. Ich mag Rio, Schlitzer, Krit, Ratz, Ratz, weg. Jetzt war der gerade mit Hyperzahn. Bopo, weg, bopo, weg, bopo. Jetzt habe ich mit Rio, Rio hat ja auch einen unverschämt hohen Angriff eigentlich noch, ne, zusätzlich. Mhm. Ey. Der macht, der macht dieses Retter, überlebt mit einem KP, ne. Der macht das Giftstachel und Rio ist vergiftet. Ja, das ist normal. Ich weiß gar nicht, warum du so überrascht bist, das ist normal. Mhm. Aber ich, ich will wirklich nichts, ne. Bei Schlitzer in der ersten Gen, ist das ein Fehler, dass Schlitzer in der ersten Gen auf Volltreffer gelockt ist? Was? Hat der nicht? Der Manky ganz oben. Manky, ich wollte gerade sagen. Aber Naruto macht das schon. Gut, dass ich noch Gegengifte habe. Ich habe mit Schnabel, ach ja, Naruto kann ja Schwabel, stimmt ja. Ich muss meinen Habitag heilen gehen, bevor ich gegen den Trainer kämpfe. Weil, ähm, Pandoria macht da, geht, der macht da kurz einen Prozess mit Manky. Ach, mach doch, setz doch Titan ein. Der kann wahrscheinlich keinen, der kann höchstwahrscheinlich keinen Kampf attacken. Willst du Carlo verlieren? Äh, nee, gar nicht wahr. Äh, äh, Oxygen? Du hast in Mondstein investiert, Junge, ne? So. Jetzt habe ich nur noch den Boss da oben. Mach das. Das mache ich mit Carlo. So, komm mal hierher. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle fünf Trainer besiegt. Ja, ich unterstütze mal ausnahmsweise keinen Crit. Unfassbar dafür der Wickel. Manchmal verstehe ich dieses Spiel nicht. Ich verstehe es manchmal einfach nicht. Das gibt es doch nicht. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Wetten doch. Wetten doch, wetten doch, wetten doch. Ja. Rettan. Geh doch mal weg mit einem doofen Rettans hier. Jo, ich bin zu faul, ins Pokémon-Sinter zu rennen, deswegen heile ich mal eben so meine Pokémon. Weißt du was? Ich troll ihn jetzt. Wie denn? Ich mache Komprimator. Karlo ist mal eben ein Stern geworden. Ja. Genau. Ja. Wenn du Komprimator einsetzt, dann ist dein Pokémon ja nur noch so ein kleines Pünktchen. Pass bitte links beim hohen Gras auf, da steht noch ein Trainer drin. Hm, ich weiß. Gut. Wie, bist du schon fertig? Nein, ich wollte es dir nur sagen. Nicht, dass du da unvorbereitet reinrinnst. Karlo auch Level 19. Hallo Zubat. Komm, mach deinen Supershot, ich weiß, dass du es willst. Oh Gott, ich bin, ich bin tiefs beeindruckt. Supershot, nicht getroffen. Das war knapp. Ja. Du bist auch mal dran. Macht Menki, Karate-Schlag-Krillit und Pandoria überlebt mit 3 KP. Ja. Ähm, Pandoria, was hat er jetzt, der Team Rocket-Typ da oben? Äh, Rettan und Zubat. Ja gut, dann gehe ich mit, äh, mit Rio rein. Aber wenn du da jetzt noch gegen den Typen kämpfst, kämpfe ich gegen den Typen im Gras. Ja, wir haben auch noch Zeit, also von daher. Zwei Pokémon fangen. Huh, 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 huh. Wir haben gerade mal 13 Minuten. Wir haben noch Zeit. Äh, das könnten wir sogar schaffen, ähm, zwei Pokémon zu fangen. Mhm. Ah, Radfratz. Könntet ihr auch von den ganzen Zeit mit Radfratz hier anzukommen? Ich glaube, das, was wirklich gefährlich wird, werden später die ganzen Radikals mit Hyperzahn bei Team Rocket. Das ist das, was wirklich gefährlich wird, aus meiner Sicht. Ja, der hat mir gerade hier jetzt nur 10 abgezogen mit einem. Oh, tu wir Rettan. Sag mal, könnt ihr mal aufhören, einmal mit diesem dämlichen Wickel-Rettan hier anzukommen? Wickel. Ja. Wickel. Yay, Rio ist auf Level 18. Dam, 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 dam. Ich bin auch noch im Wickel. Yeah. Dam. Immer noch im Wickel. Yeah. Wie schön, dass... Nimm doch im Wickel. Alter, jetzt ist es auch gut hier, ne? Fünfmal Wickel. Auch er muss natürlich mit einem Pixel überleben. So, Rio, du gehst jetzt mal nach hinten. Ähm, Fina. Was hat er, Radfratz? Radfratz und Rettan. Gut, dann gehe ich mal mit Barret rein und Fege kick. So. Ich heile jetzt mal Oxygen. Und wenn du gegen ihn kämpfst, hole ich mir das Item oben und komme dann gleich runter wieder zum Gras. Das liegt dann nicht mit TM? Möglich? Moment. Ja. Ich glaube, früher war das Donnerwelle. Ich habe TM 43 bekommen. Fege kick. Was hast du mal zu keep of Barret? Yeah. Was hast du gefunden? Schlafpuder. Ach komm, Schlafpuder ist doch gar nicht so schlicht. Schlafpuder sind auch. Erinnerungen bei dir wecken. Definitiv. Und wieder kannst du nur Carlo lernen. Was ist denn los hier? Da gehe ich mit. Das ist doch Boga mit Schlafpuder. Jetzt wird es gruselig. Ehrlich. So, dafür mache ich den Sandwirbel weg. Ich habe so kein Primator, von daher ist das nicht egal. No Barret is Level 18. Sehr schön. So, dann komme ich jetzt runter. So, jetzt lassen wir mal kurz gucken, mit wem fange ich am besten. Ja, mache ich am besten wieder mit Fina. Oh nee, erst Rio Wickel das sollte. Ach, warte. Das ist alles doof. Und mein Encounter ist... Gar nichts. Alter, kriege ich schon wieder kein Pokémon. Was ist denn da? Na, was hast du tolles bekommen? Ja, eigentlich finde ich es ganz cool, aber nicht mehr in diesem Levelbereich. Hm, Kokona. Der Bebop finde ich klasse. Oh, Dupes. Zubat. Und fünf Level höher als mein Manfred, das ist natürlich toll. So. Ich muss nochmal suchen. Ja. Nächstes. Oh, oh, das wird kritisch. Das wird kritisch. Es kann sein, dass du dein Pokémon nicht fangen kannst. Oder nicht darfst. Wieso? Ich habe einen Abra vor mir. Du hast doch Schlafpuder. Ja, aber ich habe Oxygen vorne, nicht Carlo. Du hast Schlafpuder bekommen und packst nicht deinen Toboga nach vorne. So, drück die Daumen. Ich werfe jetzt einen Pokéball. Ja, da mache ich erstmal nichts. Komm! Nein! Instant raus! Ah, Teleport schlug viel, was? Das ging in der ersten Generation noch. Bleib drin! Ich mache jetzt erstmal nichts, bis ich weiß, ob er das gefangen hat oder nicht. Nö, Capra ist geflohen. Dann besiege ich jetzt das Kokuna. So, aber gute Idee, die du gerade gehabt hast. Ich packe Carlo jetzt nach vorne. Obwohl, kommt da nicht noch Trainer erst? Äh, ich glaube jetzt ja, aber müsste man mal eben gucken, ich weiß es nicht auswendig. Äh, nö. Also du kannst, da oben ist ein Wanderer, aber der guckt nur nach rechts. Also du kommst zum Gras hin, ohne gegen einen zu kämpfen. Genau. Gut, ich habe TM10 gefunden. Guck mal, was das ist. Kraftreserve. Boah. Ey, ich habe es heute auch momentan, Reflektor. Das könnte nur nützlich sein. Das könnte nützlich sein, muss aber jetzt nicht sein. So. Aber Abra wäre cool gewesen. So ein Dreck, ey. Ey, später einen Simsaler zu haben, ey. Die Psycho-Pokémon waren hier noch episch. Dupes? Eins. Achso, du bist jetzt schon drin, sag das doch. So, ich gehe jetzt auch rein. Ja, ich habe einen Safcon gefunden als Dupes. Bei mir kommt wieder kein Pokémon und irgendwie hat das Gras was gegen mich in letzter Zeit. Hallo. Das ist in Ordnung. Ich habe Anton. Das ist auch was. Ich habe kein Pokémon, weil bei mir kein Pokémon kommt. Ah, endlich. Jetzt muss nur der... Oh, nice. Das will ich haben. Oh, geil. Was hast du denn? Pikachu. Und ich habe den Donnerstein, ne? Nein, aber du kriegst ja auch. Du kannst ja einen besorgen, das ist das Gute. Aber du musst eh relativ lang Pikachu trainieren, ne? Oh, cool. Das will ich haben. Das will ich haben. Dann versau es nicht. Das würde ich sogar gegen Manfred dann austauschen. Dann hast du auch was gegen Misty. Hm. Ähm. Ah, ich muss es schwächen, aber wie? Ich glaube, Naruto mit Schnabel dürfte eigentlich nicht so viel Schaden machen. Das ist non-step. Das ist... Äh, vorsichtig. Welches Level? 12. Mein Anton ist Level 12 und ich bekämpfe das gerade bewusst mit Wickel. Nö, also Schnabel macht kaum... Äh, Donnerwelle. Es kriegt kaum Schaden. So, jetzt wechsle ich nochmal um, um das mit Schlafbruder einzuschläfern. Weil Pikachu kann hier noch kein Donner... Donner-Schock auf dem Level? Nee. Tackle, glaube ich, war das. Ich habe jetzt nur ein Problem. Das ist... Okay. Und Fehl-Info. Was? Fehl-Info. Wieso? Kann das Donner-Schock schon. Ja, das Donner-Schock von Anfang an. So, jetzt ist es... Es ist halb geschwächt und es schläft. Das dürfte ja wohl jetzt mal im Pokéball drin bleiben. Ah. Ah, schön. Anton ist gefangen. Ja. Oh nein. Beim letzten Mal verkehlt, ist es rausgekommen. Dieses Pokémon lullt Gegner mit hypnotisierendem Blick ein, bevor er es Psy-Kräfte einsetzt. So, dann sag mal, was für Anton. Ja, Pikachu-Holo gefolgen. Äh, Anton, 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 äh... Ähm, äh... Bismarck. Was? Bismarck. B-I-S-M-A-R-Z-I-K. Warum? Warum? Weil das ein Wasser-Essbar ist aus Final Fantasy VI. Ich muss da an Reichskanzler denken. Wenn sich mehrere dieser Pokémon versammeln, kann ihre Energie Blitzgewitter erzeugen. Ja, Pikachu braucht auch einen Namen. Äh, ich bin am überlegen. Ähm... Pikachu... Willst du es später entwickeln oder nicht? Ich will es später entwickeln. Pikachu hätte ich gerne... Also Reichskanzler hätte ich gerne. Okay. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du... Das ist jetzt schwierig. Dam-da-da-da... Ich finde, Pikachu einen Spitznamen geben ist immer schwierig. Mhm. Dam-dam-dam-dam-dam. Mhm. Das ist wirklich schwierig. Mir fällt gerade nichts ein. Ähm... Ja, ich weiß. Ich bin gerade... Nenn es Banane. So, Banane. Das ist kein Voltoball. Ja, aber auch ein Elektro-Pokémon, das ist gelb. So. Banane aber auf Gast-PC. Ähm, willst du Pikachu mitnehmen? Ja, definitiv. Okay, dann... Du willst wahrscheinlich dann Reno und Manfred rausschmeißen dafür, ne? Genau. Ich werde mich aber kurz mal heilen gehen. Ja, ich bin schon im Pokémon-Center. Ähm, ich würde sagen, dann moderieren wir ab. Ja, ich bin gerade noch auf dem Weg. Ich bin gerade noch auf dem Weg. Nach Vertan... Nee, falsch. Azurias-City. So, Leute. Ähm, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Falls es euch gefallen hat, lasst Daumen oben da. Und, äh, der rote Knopf, wo Abonnieren draufsteht, äh, ist auch immer gern gesehen. Und... Ja. Genau, jeder Support hilft den kleinen YouTubern, also immer schön super supporten. Genau, und in meinem Outro, was jetzt gleich kommt, sind auch beide Kanäle verlinkt. Also von daher. Also dann, Leute. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020